Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir sitzen hier noch hinter der Kiste und kommen hier nicht weit hier, weil hier diese komische Söldner Truppe unterwegs ist, die uns hier den Weg versperrt. Okay Schneidepunkt, da könnten wir das Ding hier rausschneiden, aber ganz ehrlich, die Zeit haben wir nicht. Okay, da ist einer drin. Link von uns ist einer. Der setzt sich da hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe, was ich hier mache. Überall brennt es hier. Das Problem ist nur, ich sage, diese Schneidepunkte, das können wir nicht schneiden. Also, wir haben nicht die Zeit dafür, dass wir diese riesen Platten durchschweißen. Mimimimim. Da steht einer. Wenn ich nur wüsste, ob das eine Punkt hier das Alien ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Da hustet sich einer da oben. Ich versuche es einfach. Kann ich dahinter? Kann ich dahinter? Scheiße. Ja, das frage ich mich auch gerade. Hallo. Okay, der setzt sich da jetzt hin. Das ist nicht gut. Ich will einfach noch mal eine ganze Zeit ein, dass ich es durch die Wände hören kann. Hm. Boah, das sind drei Leute da draußen, ne? Da ist der andere. Mein Freund hat gesagt, er hätte es gesehen. Manche kommen also davon. Wenn wir es sehen, rennen wir einfach. So schnell bist du nicht. Glaub's mir. So schnell bist du nicht. Okay, wir machen... Das war jetzt irgendwie blöd. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Wenn ich jetzt rauskomme... Warum? Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht würdest du mal weggehen. Ich will hier wieder raus. Sei so freundlich. Ups. Ah, es kommt der andere angelatscht. Okay. Ich versuch's. Ich schau einfach nicht nach links, dann sieht er mich nicht. Ja. Tut ihr. Boah, ich bin jetzt erschreckt. Boah, ich bin jetzt erschreckt. Okay. Wo sind wir? Boah, das ist gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht kann ich da jetzt irgendwo durch nen Schacht kriechen. Die fehlten Kopf. Waren wir hier schon? Nee, da waren wir auch nicht, oder? Ich kann auch rusten, schau. Ordner fehlerhaft. Handrufregister. Interessiert uns das? Nee, oder? So ein Scheiß. Ja, richtig. So ein Scheiß. Da bin ich wieder. Korrekt. Wenn wir hängen, kennst du dich aus. Oh nein. Das ist nicht gut. Was war das? Nicht herkommen, nicht herkommen, nicht herkommen, nicht herkommen, nicht herkommen, nicht herkommen. Hier ist nichts. geh wieder ich kann mich ja nicht mal irgendwo verstecken gar nichts alles in butter genau du sagst es alles in butter margarine oder in sowas ähnliches ok jetzt aber ordner vielerhaft zubehör tourzugriff böse android es gibt gleich eine schießerei pass auf was kann ich hier machen leuchtungsaktiv beleuchtung lautsprechersystem beleuchtung machen wir aus lautsprechung machen wir an keine ahnung ob das was bringt sollte der nicht schon längst auf die anderen getroffen sein und sollte die schon längst stress machen aber woher kam der denn der kam aus diesem kleinen raum da hinten der bringt uns aber nix der bringt uns nix glaube ich da jetzt hat ok der erste ist tot den ersten hat der android gekillt es wird auf ihn geschossen sein kühlmittel läuft aus ok den zweiten hat er auch gekillt ok er hat aufgeräumt für uns kommt hat er uns gesehen ja ich weiß scheiße es hat schon lange gedauert nein ich kann mich nicht beruhigen verdammt Entschuldigung ich muss hier mal lass mich mal kurz hier verfluchte scheiße wo ist er denn wo ist ein schieber kommt er ja ach scheiße jesus ok wo sind wir denn jetzt also er hat schon mal gut aufgeräumt hier mal schauen ob die irgendwas brauchbares haben flammenwerfer und ding das ist schon mal nicht schlecht warte da kommt einer ich weiß nicht ob ich hier richtig bin jetzt kann ich denn da schon wieder das kann ich denn da schon wieder онов achtes sechs ok wir sind jetzt hier in dem tun aber dann kommen wir wieder dahin wo wir vorher waren Die ist jetzt irgendwie irgendwie für die Guts. Das ist hier, wir müssen eine Ebene runter. Seht das so richtig, ne? Wir müssen irgendwo zu diesem Schneidding dahin, denke ich mir. Also warte mal, da ist der kommt mal dahinten wieder raus, wenn ich da jetzt durchkriege. Bringt uns das was? Klettern, da kommen wir rauf. Will ich denn rauf? Hallo? Man kann niemandem trauen. Ich bin ab mich allein gestellt. Was sind wir denn jetzt? Waren wir da schon, ne? Ja, jetzt würde ich mir untersuchen lassen hier. Der Husten hört sich nicht gut an. Mann, ich fühl mich scheiße. Da steht er. Gott, ich hasse es hier. Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott. Ich hasse es auch hier, weil ich mich nicht auskenne. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Das ist alles total beschissen. Ja, da kann ich dir recht geben. Schön stehen bleiben. Okay, hier geht's rauf. Sind wir jetzt hier richtig? Wir gehen nach oben. Sollten wir nicht nach unten gehen? Okay. 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 Was sind wir denn jetzt? Nein, wir sind richtig. Wir hätten nach oben gehen müssen. Okay. Da ist schon mal der der Bolzen weg. Okay. Hier waren wir schon mal, nicht? Das sind diese Mannschaftsunterkünfte, die duschen. Da waren wir schon mal, ja. Das sind diese Mannschaftsunterkünfte. Okay. Finden sie hier. Okay, wir sind jetzt nicht mehr so weit weg von ihm. Da ist er. Hey, Ricardo. Hey. Alles klar. Alles klar. Malos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüssel manuell ausrichten. Umgehen sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommtzentrale, oder? Ja. Damit sollten sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Finden sie das Observatorium, das ist die Westerpool. Ja. Gut. Nicht einfacher als das. Orbitalstabilisatoren auf 40 Prozent. Und fallen. Jetzt geht es aber ganz schön rund. Vorher waren es noch 60, jetzt sind es nur noch 40. Wir gehen hier langsam vor die Hunde. Muss ich denn? Ob ich... Da geht es rauf, oder? Schauen wir mal, ob wir richtig sind. Aber ich glaube mal, dass wir doch auch oben müssen. Ich mache mal den hier. Man weiß nie, ob ein Alien drin ist. Unsere Freundin mit dem Lift gerade fährt. Zur Kommunikationszentrum. Wollen wir zum Kommunikationszentrum? Wir wollen dahinter. Wir wollen nicht zum Kommunikationszentrum, oder? Kommunikationszentrum. Aufdrucksmusik fehlt. Nicht mehr so ein Lärm hier. Ja, da waren wir schon mal. Da waren wir schon. Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Macht sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen sie es nochmal. Okay, okay. Drei Leute. Die könnten jetzt einfach killen. I'm killing you. Ich frage es nur, wo müssen wir denn überhaupt hin? Aha, 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 aha. Da waren wir schon. Das haben wir schon mal durchgekrochen hier. Ich kann mich dran erinnern. Oh, hallo. So, wir müssen in die andere Richtung. Okay, dann lasse ich euch hier mal schön wirken. Wir müssen dahinter. Geradeaus, oder? Jawohl. Wir können nicht da einfach... Wir machen es jetzt einfach mal. Bisher hat das noch keiner gesehen. Da ist keiner. Komm mal nicht rein. Müssen wir da rein? Da müssen wir rein. Okay. Da ist ein Toter. Hi. Schlaf im Dienst geht gar nicht. Da kann ich nicht mehr... Da kann ich gar nichts machen. Willst du mich veräppeln? Sind wir überhaupt richtig? Was machen wir denn jetzt hier? Ach, klettern könnten wir noch. Okay, nutzen Sie das Ortungssystem, um die Tourmante zu finden. Oh, krass. Dieses Riesenteil fällt jetzt gleich in diesen Gasriesen. Das sind für alle Geschichte. Was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Ach, so geht es. Gott. Hä? Entschuldigung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das richtig mache. Ach, anscheinend nicht. Zell 4. Verrollt. Zell 4. Lass mich verarschen. So, und jetzt? Ah. Ah, der hat sich bewegt. Ganz leicht, ich habe es gesehen. Oh Gott. Das funktioniert. Oh, guck, das bewegt sich. Ich sage, das Ding ist einfach so gut gemacht. Okay. Wo ist das Raumschiff? Kann ich irgendwo irgendwo ein Raumschiff sehen? Ich sehe nichts. Gut, was ist das nächstes? Hier. Oh, endlich. Ich habe sie gefunden, Ricardo. Jetzt müssen Sie noch die Schüssel manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Was? Sagte sie gerade, sie geht nach draußen? Ich sehe trotzdem noch keine... aus so einer krasse Sonne. Sagt sie gerade, sie geht nach draußen? Sie sagt ja echt, sie geht nach draußen. Sie sagt ja echt, sie geht nach draußen. Ich kann den Eingang zur Luftschlöse von hier aus entsperren. Einen Moment. Ist das die Tür links? Ja. Ja, ich habe es. Dankeschön. 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 Okay, also wir müssen noch draußen. Okay, wenn es sonst nichts ist. Ja. Welche nehmen wir denn? Den linken oder den rechten? Warum sind die immer so schmutzig, die Dinger? Externe, okay. Ach, du Jammerler bist nicht draußen. Wie geil ist das denn? Da fliegt ganz schön viel Müll rum. Oh, ich kann nicht schneller gehen, ne? Ziemlich cool echt. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Nicht, dass wir schon den ersten Terminal übersehen haben. Es ist schon einfach gut gemacht, hey, Wahnsinn. Und das ist doch für so schon ältere Spiegel von den Jahren her, ne? 2014, glaube ich. 2014, oder? Schmerzen, sechs, sieben, schon sieben Jahre alt, kann es sein? Ja, kann schon sein, ne? Ich bin gerade gar nicht sicher, aber ich glaube schon. Okay, jetzt sind wir hier richtig, muss ich hier was machen, auf den Knopf drücken, drück drauf, Dish Maintenance. Eine riesige Station. Okay, welches Terminal? Wo ist denn hier ein Terminal? Ey, nicht, dass ich hier irgendwas verpenn. Ah, siehste? Lösen Sie die Sperre der Parapolantenne. Warte, dann kann ich hier auch noch irgendwas machen? Ne, ne? Das war schon der einzige und der richtige. Der Parapolantenne. Die Antenne hier, um die geht's. Da muss ich jetzt irgendeine Sperre entlösen, alles klar. Ja, ja, ich kann mich noch erinnern an damals, als wir das gemacht haben. La 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 la. Wottersonne, was für eine riesige Sonne. Die Sonneneruptionen, ne, sehr geil gemacht. Gefällt mir echt gut. Der schaut hier nicht so gut aus. Könnte einer mal Licht machen? Könnte hier vielleicht einer mal Licht machen? Habe ich denn sowas wie eine Taschenlampe? Ne, ne? Das ist einfach nur scheiße dunkle hier drin. Klemme aktiv, Klemme aktivieren, Klemme aktivieren. So, irgendwas passiert hier. Okay, das ist grün. Okay, das ist auch grün. Zwei Stück habe ich, eins ist noch da. Also eins ist noch rot. Ah, jetzt kann ich das auch machen. Okay, ist auch grün. Kann ich hier noch irgendwas? Muss ich hier noch irgendwas machen? Ne. Okay. Alle drei grün. Und jetzt wieder zurück, oder? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es zu einfach ist. Okay, ich kann nichts machen hier. Scheiße. Das ist jetzt nicht gut. Scheiße. Scheiße. Wir sind noch, wir haben was verpennt. Scheiße. Verflucht. Wir haben irgendwas verpennt. Irgendwas haben wir vergessen. Was haben wir denn verpennt? Was haben wir denn verpennt? Was haben wir denn? Die drei sind alle auf grün. Hier kann ich keinen Hebel mehr betätigen. Aha, da ist noch was. Guck. Scheiße. Scheiße. Drei. Ja. Ja. Zwei. Okay, jetzt aber alles gut, oder? Jetzt schauen wir da nochmal. Ja, jetzt ist alles gut. Das Ding hat sich gedreht. Antenne. Dann stiefeln wir halt nochmal rauf. Ja, genau, die hat sich voll nach oben gedreht. Welche Koordinaten soll ich denn bitte schon wählen? Welche muss ich denn wählen? Ich habe keine Ahnung. Was weiß denn ich, welche die sind? Haben wir irgendwas verpennt? Hätten wir uns irgendwas merken müssen? Der Controller hat gerade vibriert. Hier vibriert er. Okay, anscheinend vibriert er eine Kontrolle, wenn wir richtig sind. Jetzt geht das nicht sehr schnell. Da, da, da hat es vibriert. Da, 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 da. Da, 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 da. Torrente, sú, hier nicht mehr. Torrente, hier spricht Ripley auf der Station. Können Sie mich hören, Verlaine? Ripley, was zu Hölle geht da drüben vor sich? Schlechte Sachen, Torrente. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrt-Terminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrents ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von Ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Alles klar. Was sonst? Wo müssen wir jetzt hin? Oh Gott, wir müssen wieder ganz zurück. Ei, da dauert es nochmal leid. Okay, Leute, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Folge mit dem Weltraumspaziergang. Okay, dann stiefeln wir jetzt gleich wieder zurück und schauen mal, ob wir das Ding jetzt endlich in trockene Tücher kriegen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ich sage vielen Dank.